Oh mein Gott, die Typen da müssen sowas von, naja, egal. Oh, Riesenrad. Oh ja, Riesenrad machen wir auch mal. Okay. Ja, Hallöchen, da sind wir wieder. An der lieben Stelle, wo wir ausgemacht haben, in der Schneekugel, nachdem wir hier eislaufend hingekommen sind. Und mit dabei ist natürlich der gute Fabio. Hallö, na? Alles gut bei dir? Alles perfekt doch. Genau, weiter geht's in der traumhaften Schneelandschaft. Oh. Also wenn hier kein Wettkampf ist, ne? Es ist wie ein safe hier, zwei oder drei. Also wenn wir unsere ersten Weihnachten zusammen haben. Was ist passiert hier? Es war so busy. Ich weiß. Wo ist alle? Ja, wo sind sie? This town used to be like your relationship. Alive! Und Spaß! Ja! Oh ja! Oh ja! But look at it now. Silent. Dead. Frozen. You need to wake it up from its winter sleep. How are we going to do that, genius? There's ice everywhere. Use your magnets. Magnets don't melt ice. Exactly! But the bells in this town can break the ice. Now, break the ice and get your prize! Did he say we have to ring the bells? Yeah, ring the bells to break the ice. Really? Where does he get these crazy ideas? Come on, let's do it for the town. Ja, vielleicht doch mehr für euch selbst. Ja, dieses Buch ist schon genial. Dieses Buch ist mies lustig, aber auch mies nervig. So, wir schauen uns alles ganz genau an, Freunde. Da kann man sogar Schlitz zu fahren. Hier ist überall nichts. Wir suchen natürlich immer noch nach Wettkämpfen. Es fehlen ja noch einige und so viel hat das Spiel jetzt irgendwie nicht mehr. Ich meine, wenn wir die vier Seiten haben, dann war es das doch, oder? Aber hier ist alles erstmal... So, hier ist eine Tür, die ist weg, zerfroren. Da müssen wir wirklich erstmal die... ...Dings holen, ne? Ja. Genau, so ist es auch relativ begrenzt, was man hier machen kann. Ja, Digga, ja, gräbt sich hier fest, Alter. Da habe ich auch diese Schneegeräusche, Junge, wie krass. Ja, so, hier ist jetzt was. Das kann ich machen. Achso, ja, aber... Achso, und jetzt kannst du da auf das Blaue gehen. Und dich hochboosten auf die nächste Plattform. Genau, und jetzt kannst du... Achso, warte, jetzt müssen wir das irgendwie so machen. Ja, genau. Wir müssen es kommen. Ja, genau. Sehr schön. Ah, ja. 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 Ja, ja. Ja. Weiß ich nicht, ne, hier sieht's, hier sieht's so aus, als könnte man nix machen. Es ist ja auch nicht so groß hier, also das war ja... Okay, na gut, dann erstmal nix, dann hier die Tür. Ah ja, ah ne, genau, falsch, so. Ah, da geht's weiter. Okay, Junge. Gleiche, das ist aber bestimmt. Oh, okay, hier ist es riesig, hier muss was sein, also hier muss was sein, ne, ich fress ein Besen, wenn wir hier nix finden. Okay, da müssen wir hin, okay, wir müssen wieder zu zwei, drei Türmen, offenbar. Dann lass erstmal genau hier hin. Okay, dann lass erstmal hier zu dem da hinten gehen. Okay, hier ist Eis-Trolling. Okay, hier könnte eine Herausforderung sein, aber die ist noch zugefroren. Sag ich ja, wahrscheinlich müssen wir zuerst die, äh, Glocke betätigen. Schauen wir uns kurz. Oh, I'm gonna getcha, gotcha. Hehe. Hey, der nimmt ihn nicht auf. Mit Aim-Bot, easy. So, kommen wir mal weiter hier, vielleicht ist ja sonst hier noch was da. Die Junge. Hehe. 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 Nein! Ja. Hey, Digga, er rennt einfach in die andere Richtung und, äh, wirft einfach, Alter. So, komm, ich denke, wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Turm hier hinkriegen, weil danach kommen bestimmt auch die Herausforderungen. Mhm. Aber es ist ja alles noch eingefroren, deswegen. Müsst du jetzt mal schauen. So, hier kann man was machen, schau mal. Oh, ich glaube, das ist für dich. Ah, Junge, reicht. Einmal musst du noch. Achso, jetzt kannst du da. Äh, jetzt? Muss ich mich jetzt vielleicht hier drehen mit? Ah, du musst da, glaube ich, dranbleiben. Ah, ja. Ja, ja. Alles klar. Ne, warte nochmal. Okay, jetzt. Äh. Äh, ich hab doch gedrückt gehalten. Mal runter. Warte. Warte, bug. Äh, achso, naja. Ne, normal. Alles gut. Offensichtlich bin ich zu weit weggelaufen. Vielleicht springst du nochmal ran. Äh. Aha. Und jetzt muss ich hier oben hin, oder was? Und jetzt? Falle ich da hin. Warte mal, bringst du es noch was, wenn du das drehst? Ich glaube schon, ne? Ja. Ah. Ja. Ja, genau, Alter. Fang da an zu klettern, Alter. Das ist sehr gut. Die Geräusche. Macht er auch gleich tausendmal. Ah, da ist tatsächlich jetzt die Herausforderung. Genau, geradezu. Das ist jetzt auch das Symbol. Genau, ist auch so aus. Eiszapfenwurf. Endlich wieder eine Herausforderung. Einfach nur werfen. Treffe möglichst viele Ziele. Meine Kamera ist immer noch nicht wieder an. Finde ich super. Also dann los. Okay. Alles klar. Was, was sind für Ziele? Hm. Ach du Kacke. Ja? Oder so? Okay, ich komme so gar nicht drauf klar. Mein Gott, Digga. Was ist das? What? Das wird einfach immer schneller. Hallo? Ich treffe nicht. Alles war's. Okay, knapp. Es wurde zwischendrin richtig oder richtig. Ja, ich habe auch gar nichts mehr hingekriegt. Okay, geht an mich. Freut mich. So, dann schauen wir mal weiter. Freut mich aber auch, dass wir wieder was gefunden haben. Oh, das ist ja auch hübsch hier oben. Oh, schön warm. Hier irgendwas essen. Das ist eine schöne Suppe. So, geil. Ach, geil. Ja, ja. Winterzeit hat auch was Schönes. So, aber glotzen wir mal, ob wir noch was weiteres finden. Das soll es doch hier nicht gewesen sein. Ja, das wäre... Ich will hier nochmal hinten mich ein bisschen umgucken. Oh, die werfen es zurück. Geil. Oh, guck mal hier. Tee, ich esse den ganzen... Oh, mmm. Yummy. Hä? Mmm. This is delicious. Oh, I can't eat another bite. Maybe I can't. Oh, so good. Herausforderung geht an mich. Ja. Lass mal alles aufessen. Die zwei homilose Kinder. Richtig. So, okay. Das ist... Dann wird da bestimmt jede... Jedes Tor-Dings da... Hier wird da sein. Alles wird gut. Ich würde eine Herausforderung haben, denke ich. So, wo? War es da eine Herausforderung? Nein, ich habe gesagt, jedes... Bei jedem Turm. Genau. Ja. Ja. Oh, guck mal. Oh, eine Schaukel. Oh, eine Schaukel. Okay. Willst du mich anschubsen? Okay. Alles klar. Ja. Okay. Okay. Dann machen wir noch schneller. Machen wir so schnell du kannst irgendwie. Ich hasse es. Alter. Jetzt bräuchte man so eine Ego-Perspektive, oder? So, und ich bring jetzt ab. Oh, oh. Ja, genau, wie tief man fallen kann. Okay. Alles klar. Okay. Das ist aber auch nur dunkel. Oh, auch ein Schlitten hier. Oh, geil. Oh, hier setze ich in den Schlitten, wo ich bin. Junge, du rennst ja auch immer einfach weg. Oh, hier setze ich in den Schlitten, wo ich bin. Richtig krasser. Aber auch cool. Also, so. Yo, mit Salto. Ja. Ja, okay. Jetzt wird es doch schon geil. Loll. So. Pampolin, oder was? Oh, yeah. Loll. Okay. Wir können langsam zum zweiten Turm. Was ist denn hier in der Mitte? Würde ich gerne nochmal gucken. Du willst auch noch irgendwas mit Magneten. Hm. Oh, ich kann sie einfach hinchehen. Ah, guck mal, du kannst dich hier raufstellen. Guck mal, sie cheat einfach. Ja, geil. Warte, ich komme. Warte, ich will auch. Kurz. Ich lege mich mit dem Bauch rauf, war klar. Okay, komm. Bruder. Ja. Hier rein. Die dichter ich rangehe, umso stärker wird die... Ähm... ...proben nach da hinten, sollte ich mal Richtung Turm schießen? Mh, ja. Okay. Oh, ja. Gut, ich komme dann irgendwie da hinten. Genau. Hier haben wir wieder ein Rätsel. Genau. Die Shuffle, das Shuffleboard. Das kriegen wir erstmal durch den Turm. Okay, alles klar. Bisschen wir Bescheid. So, oder? Ja. Hehehe. Hehehe. Bruder hat der Name. Hehehe. Ha! Oh. was ist das denn hier ein geiles zeug vielleicht können wir das auch noch machen wenn der turm da ist ok man muss ja sind tun und schauen uns danach um also die herausforderung habe ich schon als spät hier geht es nicht hier kann man was machen kann mich aber nur dann saugen da kannst du dich vielleicht daran sagen oder ach so ich kann das du kannst dich doch daran ziehen alles rote ja jetzt langsamer so ich weiß du musst jetzt alles blaue richtig dass ich mich abstoßen kann hallo wow oh bei belastend komme ich hier rüber ich komme hier rüber bringt ja nicht auch nicht schlecht ok warte mal wenn du das andere hochholzes rote kann ich mich dann wieder anziehen ok warte ist egal und los die 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 springt da oben war so absolut behindert Ne? Ja, lass den mal los. So, jetzt kannst du es selber drehen. Achso. Warte. Ja. So, muss das nämlich gemacht werden hier. Achso, achso, ich muss doch... Äh... Ne? Auf geht's! Eine Schneekugel in der Schneekugel, also ich glaub's ja nicht. Heißte Schneekugel wahrscheinlich nicht. Wir haben die Matrix ausgedrubbelt. Genau, da unten sehen wir schon das Shuffle-Dings. Was? Da wollen wir hin? Guck mal. Oh, jetzt aber ganz kurz hier Karussell, Alter. Oh, geil. Okay. Achso. Achso, das ist ja cool. Achso, das ist ja cool. Oh mein Gott, die Typen da müssen sowas von... Oh ja, egal. Oh, Riesenrad. Mann, lass mich doch. Oh ja, Riesenrad machen wir auch mal. Okay. Kann man da reingehen? Warte, ich... Warte, ich äh... Ja, ich bin... Drin, irgendwie... Ich auch. Okay, warte. Dann stoße ich weg. Oh mein Gott. Ja, schön. Ach, ja. Ach, guck mal, da oben kann man hin. Ich bin rausgeflogen. Warte ganz kurz. Mach noch mal ein bisschen langsamer. Lass mich kurz rein. Nein! So, jetzt langsam hoch. Okay, stopp. Okay, bin hier oben. Hier noch irgendwas. Ah, wie eine geile Rutsche. Wuhuuu. Boah, da ist auch noch... Hier ist auch noch eine Kanone. Boah, geil. So, hier ist noch das Shuffleboard. Ist das überhaupt eine Herausforderung? Ich weiß es nicht mal. Ansonsten machen wir die noch. Dann ist die Folge vorbei. Heyo, da hört man den Sound. Und? Nein, Sir. Ja. Al... Jo. Okay. Alters. Hey Cody! Over here! Bring mir deine Pugs möglichst nah. Oh, da ist... Das ist so eine Kraftverteilungssache, ja? Ja, das ist so. Okay. Ach so. Ach so. Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aha! Okay. Okay. Ja, hä? Ich habe... Lol, Alter. Ich dachte, man müsste einfach... Man könnte einfach nur... Man kann irgendwie dosieren oder so. Ja, das ist viel zu doll. Bleib stehen! Bleib! Bleib! Ja, was für eine Belastung. Please, ey. Weil ich den ersten Fahrt kackt habe. Jawoll! Ist das eine Belastung. Ich dachte, man könnte irgendwie die Kraft langsamer und so. Und dann lässt er den einfach los, der Saftsack. Willst du nochmal zum Spaß einfach? Ja, ich will... Ja, zum Spaß auch. Also, das geht an dich. Das geht an dich. Nein. Das ist echt geil. Aber ich will versuchen, meine 4 zu schaffen. Ich will den... Ja, jetzt sind ja noch andere Hindernisse. Alter! Okay. Ist ja geil. Aber man kann ja sogar noch so machen, irgendwie. Okay. Zwei. Ja... Oh! nooit! Oh Re drip! Ja! Was ist das denn? Achso, ja. Ich hab auch keine... Achso, lol. Es gibt ja nur noch 2 und 4 Punkte. Ah. Ja, genau. Alter! Was ist denn das? Okay, lol. hast du schon eine vier geschafft ne komm lass noch einmal machen einmal noch ich würde auch gerne meine vier schaffen ja ja der ist wohl auch immer schwieriger ist ja wirklich so kann man sich das angucken vorher ja kann man okay es gibt nur 124 die kamera bleib stehen was wie es war so gut weißt du digga das war das war der perfekte ach digga verpiss dich digga es war wirklich es war perfekt das hätte eine vier sein müssen dann kommt er mir einfach so diese steuerung ist auch mehr als irgendwie komm jetzt bleibst du auf der vier mit der aktion freunde steigen aus der folge aus nächste folge geht es hier weiter dritter turm hoffentlich auch noch dritte herausforderung und dann hoffentlich auch das zweite stück der das umschlag des briefes ne tausend dank fürs zuschauen macht's gut bis zur nächsten folge doch ciao Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.